Das Geschenk. Was machst du heute Abend? Ich möchte Shopping gehen. Was möchtest du kaufen? Ich brauche ein tolles Geschenk. Meine Schwester hat Geburtstag. Deine kleine Schwester oder deine große Schwester? Meine kleine Schwester. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt sechs Jahre alt. Hmm, sie malt gern. Du kannst viele bunte Stifte kaufen. Ja, aber sie hat schon so viele Stifte. Hmm, eine Kinderuhr? Nein, sie kann die Uhr noch nicht lesen. Eine schöne Tasche? Nein, sie hat auch schon viele Taschen. Was macht sie gern? Sie malt gern, sie singt und tanzt auch gern. Ich kann eine CD mit Kindermusik kaufen. Ja, oder du schenkst eine Kindergitarre. Sie kann Gitarre lernen. Hmm, das ist eine gute Idee. Ich liebe Gitarrenmusik. Und ich spiele auch Gitarre. Meine Schwester und ich können zusammen spielen. Okay, ich kaufe eine kleine Gitarre für meine kleine Schwester. Kommst du auch? Wir können die Gitarre zusammen kaufen. Ja, gerne. Heute Abend um 18 Uhr. Ja, um 18 Uhr. Das Geschenk. Was machst du heute Abend? 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 Meine Schwester ist der Geburtstag. Er ist eine kleine Schwester oder eine große Schwester. Meine Schwester ist eine kleine Schwester. Wie alt ist sie jetzt? Wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt sechs Jahre alt. Umruhe jetzt sechs Jahre alt. Sie malt gehen. Du kannst viele bunte Schifte kaufen. Sie lieben die Ratsch. Sie können die Schwerung vieler von den Eklagen. Ja, aber sie hat schon so viele Schifte. 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 Was macht sie gern? Sie malt gerne, sie singt und tanzt auch gerne. Ich kann eine CD mit Kinder Musik kaufen. Ja, oder du schenkst eine Kinder Gitarre. Sie kann Gitarre lernen. Das ist eine gute Idee. Ich liebe Gitarren Musik. Ich liebe Gitarren Musik. Und ich spiele auch Gitarre. Und ich bin auch auf der Gitarre. Meine Schwester und ich können zusammen spielen. Ich und meine Freundin können mit ihnen spielen. Okay, ich kaufe eine kleine Gitarre für meine kleine Schwester. Herr, siehst du eine kleine Gitarre für meine Freundin? Kommst du auch? Wir können die Gitarre zusammen kaufen. Habe ich noch eine kleine Gitarre machen? Ja, gerne. Heute Abend um 18 Uhr. Naam, sehr schön. Ich bin auf der Saat der Saat der Saat der Saat der Saat. Ja, um 18 Uhr. Naam, die Saat der Saat der Saat der Saat der Saat. Das Geschenk. Was machst du heute Abend? Ich möchte Shopping gehen. Was möchtest du kaufen? Ich brauche ein tolles Geschenk. Meine Schwester hat Geburtstag. Deine kleine Schwester oder deine große Schwester? Meine kleine Schwester. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt 6 Jahre alt. Hm, sie malt gern. Du kannst viele bunte Stifte kaufen. Ja, aber sie hat schon so viele Stifte. Hm, eine Kinderuhr? Nein, sie kann die Uhr noch nicht lesen. Eine schöne Tasche? Nein, sie hat auch schon viele Taschen. Was macht sie gern? Sie malt gern, sie singt und tanzt auch gern. Ich kann eine CD mit Kindermusik kaufen. Ja, oder du schenkst eine Kindergitarre. Sie kann Gitarre lernen. Hm, das ist eine gute Idee. Ich liebe Gitarrenmusik. Und ich spiele auch Gitarre. Meine Schwester und ich können zusammen spielen. Okay, ich kaufe eine kleine Gitarre für meine kleine Schwester. Kommst du auch? Wir können die Gitarre zusammen kaufen. Ja, gerne. Heute Abend um 18 Uhr. Ja, um 18 Uhr. Na Nacht. Und ich kann sie gerne sagen. Jetzt ist einer noch vor, eine kleine Schwester. Ja, dann kommen die Augen für eine kleine Schwester. Ich bin wunderbar. Nehmen wir auch mal mit meinem Schwester.